hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem A- ne nochmal von vorne das war doof jetzt machst du das mach jetzt okay nochmal hallo meine Damen Damen und Herren herzlich willkommen im AMN Express ich wünsche Ihnen viel Spaß das war schon wir haben keine Ahnung ne da da ist mir nicht so viel irgendwie grad ne war da nicht in Form weißt du ich auch nicht ey da sind da mehr so ne rutschen da steht schon wieder irgendwas mit rutschen drüben labert jemand schön dass Sie vorbeischauen gefallen Ihnen meine Umbauarbeiten genießen Sie den Aufenthalt okay ich wurde gekreut ich auch heiße Angelegenheit keine Zeit für Spielchen ja was machen wir jetzt wir hinter stehen am besten da kannst du zuschlagen hmm wer ist denn das da die nehmen unseren Aufzug hast du das gesehen echt jetzt ja wir sind schon da mach mal das Ding kaputt wir haben keine Zeit zu warten wo sind wir hier wir nehmen die Treppe ah was sind wir nehmen die Treppe Frühspurt hat rollt im Mund boah die Kamerasteuerung ja hieß ja mal übelts schwul aber besser als im zweiten Teil hm no 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 null soll ich mal machen wieder ja du ein Techniker seht doch gut aus ist doch nichts naja sagst du immer wenn du das sagst gibt es Ärger ah was liegt hier Muni wenn wir irgendeinen Scheißdreck machen müssen dann machst du das das gehört und irgendeinen Scheißdreck machen müssen ja da drüben ist einer ja scheiße in der Aufzug wartet doch nicht schneller ihr Homos so Prototypen Prototypen? Prototypen? ne will ich nicht hier ah ich übernehm schießen betreff doch ja naja die fahren alle wieder zurück ja weil ich drauf schieße pieomes geh mal an den Computer da ... das Schloss aufzuhaben aber es ist gut gesichert Ich werde es weiterhacken, aber versuchen Sie es manuell zu umgehen. Ja, mach mal. Techniker. Du bist der Techniker, jetzt hopp mich mal ran. Ja, ich geh schon an den Computer. Jetzt muss ich auch noch was drücken. Hau ab, hau ab. Sicherheitsverstoß? Ja, mach mal. Nein, ich hab mich verzippt. Ganz ruhig. Das müsstest du auch öfters sagen. Was? Ja, als Techniker. Ganz ruhig, wir schaffen das. Ja, ich hab mich wieder verzippt. Die Hälfte. Eigentlich müsste offen sein jetzt. Das sag ich auch immer bei den YouTube-Aufnahmen. Ist offen. Dann leuchtet doch alles. Was fehlt hier? Ah, hier leuchtet... Auch alles. Auch clever, hey. Das Ding jetzt fertig. Verfolgen wir sie. Das gleich bei der nächsten Folge. Hey, da ist eine Kiste. Yeah, Kiste. Läuft gut. Wie wär's mit Leertaste? Ja. Hab ich auch grad mitgekriegt. Äh. Ah, geht's runter? Nee. Du darfst. So wie's auch im echten Ding zwischen uns zwei ist. Stehen bleiben! Run! Ah, ich muss... Siehst du doch ab, die Alte da. Ja. Kannst du gut schießen? Ähm, naja. Super. Das ist wie meine Ex. Die weiß echt nicht, wann Schluss ist. Der Ersatz gefällt mir. Wo ist denn die jetzt hin? War sie immer so? Bei 100 Meter Sprung, ey. Sprint. Läuft doch. Ja. Wo heißt der da schon mal alleine gegen zu kloppen, ne? Das klappt ja wieder nicht. Ja, das ist eine Frau. Was willst du? Da ist noch einer. Noch zwei. Ey, das ist Chris. Glaub ich. Ist das nicht Chris? Auch wieder ein Ex von dir. Ja, aber der hat fünf Jahre dabei ist. Vielleicht? Oder ist er das? Ja, das ist Chris. Ey, fick mich Blick. Fick mich Blick. Das ist meine Ex. Schon auf die Frauen wurde schon gezankt, Alter. Warum? Was ist da falsch? Ja, coole Nummer. Mach das mal nach. Verrückt. Ja, erstmal vom Prügel. Oh, hi, na. Was geht? Nimm die Waffe runter, Chris. Sie ist eine äußerst wichtige Zeuge. Eine Zeugin. Eine Zeugin, Alter. In so einer Situation. Weißt du, die Welt geht runter, aber Zeugen suchen wir noch. Das ist wichtig. Äh, klar. Haupt, Alter. Schön, noch jemanden verklagen. Naja, 70.000 Menschen, Alter. Und du bist schuld. Ja. Sie arbeitet für Neo Umbrella. Weißt du, was das bedeutet? Ja. Ich weiß. Und trotzdem schützt du diese Frau? Komm ich nicht mehr mit. Ich auch nicht. Wir labern zu viel. Schieß doch einfach, Mann. Das ist meine Tuss. Oh, schöne Waffe hat der. Ich habe auch so eine kleine billige, der. Oh, geil. Was ist da los? Tietz ist ein Tanger aus. Tanger. Doch nicht. Mann. Ja, hätte ich mir aber bloß die Sammbrille aufgesetzt. Der war auch schon längere Zeit nicht mehr duschen. Schießen kann der auch nicht. Ja, boah. Wir zwei können wenigstens schießen. Hast du gesehen? Äh. Wir beide wollen doch dasselbe. Wir beide wollen dasselbe. Das ist gut. Du kümmerst dich um Simmons. Simmons auch eine Frau? Yeah. Du wirst das Richtige tun. Ja, Jungs. Wer es nicht verstanden hat, wer es war, wie ich denkt, hat eindeutig mit zum Lachen. Ansprüche als ich. Er ist genauso lang dabei wie ich. Ah, okay. Ja, läuft. Wird's ganz schön. Du? Nee, du. Kann gut sein. Wo sind wir hier? Da unten ist eine Tür. Wie kommen wir da oben da? Boah, ich bin viel schneller als du. Und ich laufe bei. Ich laufe gegen die Wand. Wo würde ich noch? Wichtig? Heu auf die abzuschießen. Ich habe mehr als Munition. Ziel ist Simmons. Ja, du. Oh, das ist schon immer. Wow. Um Ada kümmern wir uns. Oh, hier. Bist du gesund? Ich bin gesund. Nee, doch noch nicht. Holen wir uns den Schweinart. Oh, ja. Also die. Ich könnte noch einmal überlegen, was das für Pillen sind. Wüssten du? Ich bin hier drüben. Munition aufsammeln. Echt? Dann laufe ich wieder zurück. Kommt auch schon. Nee, wo hast du denn aufgesammelt? Ach da. Boah, für Schroffle-Munition laufe ich gerne nochmal zurück. Boah, schönes Haus. Ja, ist nicht schlecht, ne? Mal ein bisschen brüllen. Brüllen nach der Schlampe. Komm, Schlampe. Schlampe. Brüll mich nicht an. Mein Freund. Spannig. Kannst du das bei dir alleine machen? Aha. Mhm. Ja, die Wette gilt, ne? Wir haben damit angefangen. Jetzt müssen wir es auch zu Ende bringen. Was für eine Wette? Ja, das Spiel durchzuspielen. Tolle Wette. Und was kann ich gewinnen durch die Wette? Kannst du mich lieb haben. Ah. Das kommt aber unerwartet. Oh, guck mal, nochmal. Ah, guck, überall diese Frauen. Ah, ein Türken. Perfektes Timing. Seien Sie so nett und nehmen Sie die beiden fest. Hör. Sie sagen, Sie stechen hinter den Terrorangriff. Stimmt das? Ich? Ja. Laufen die herum und reiben es jedem unter die Nachricht? Antworten Sie! Erlebt doch keiner. Ja. Verschutz der einigen Staaten. Ja. 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 Aber wie immer mit unseren kleinen Pistolen. Ja, komisch, hä? Yeah, Alter. Welche? Die Süße hier. Hier ist meine Reinhardt. Ich habe Wichtigeres zu tun. Und was werden Sie beide jetzt tun, hierredigen Simmons? Hier sind Informationen drauf, wie man den Ziervirus stoppen kann. Simmons will sie. Danke. Ich sage FOS Bescheid, dass Sie bereits Schutz brauchen. Danke. Ich meine Pornos. Boom. Boom. So muss das. Ups, noch mehr? Äh. Ah, ah. Oh, nö. Ah. Was hat er denn? Schönes Gesichtsmahl. Können wir nicht anfangen? Ja, Tattoo, Alter. Tattoo oder Tattoo? Wie ist denn da? Guck mal. Ja. Ich will auch mitfahren. Der ist ein Schwarzfahrer. Der fährt schwarz. Das ist ein Schwarzfahrer. Boah. Epic Fail. So. So. Oh, bitte, du hier. Schwier nachladen. So. Vollgas. Er darf nicht entkommen. Wird er nicht. Wir beenden das jetzt. Na, lau auf. Fetten Arsch aus dem Weg. Hä, 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 hä. Hä? Woomättig? Achso. Bissen, du hast die Tür gekommen. Wir kriegen Sie sims. Ey, dein Moni. Körper, das Ei, dass Sie für Ihre Taten bösen. Mach auf. Nicht mit zu viel Munition, das mag ich mir nicht. Oh. Hopp. Ja. Dickes Ding. Sorry, 120 Kilo. Ja. Das rechte Bein. Ja. Ich gebe Ihnen nur das, was Sie mir gegeben haben, Simmen. Zuerst haben Sie Angst. Aber keine Sorge. Sie werden nur zu dem Monster, das Sie immer waren. So ein Sexmonster. Sie räumen alle anderen auf dem Planeten. Ey, was sind das eigentlich für geile Handys? Geben Sie auf, Simmen. Das Spiel ist aus. Sie verfolgen mich, während diese Frau frei herumläuft. Ja, ganz vorsehen. Welche Frau? Die Verräterin Ada Warren. Meine Ex. Wer was, was sie noch vorhat, ein anderes Team sucht sie. Sie, Herbert Simmons. Sie gehören uns. Brache nehmen für den Präsidenten. Ist es das, was sie wollen? Sehen nach, hätte er die Wahrheit über Raccoon City veröffentlicht, wären die USA weltweit isoliert und die globale Ordnung zusammengebrochen. Ein Desaster verhindern, indem sie ein anderes verursachen? Ja klar, das mache ich auch so, wenn ich aus Versehen ins Arschloch rutsche. Ja. Ein Desaster verhindern, wenn du ein anderes machst. Ja, ist aber auch so. Ja, das verstehe ich nicht. Was denn? Er wurde jetzt infiziert. Ja. Keine Ahnung, stirbt er jetzt oder was macht er? Oh. Er brennt. Brennende Angelegenheiten. Hey, guck mal. Jetzt ist er so ein dickes Ding. Oh. Ja, Transformer. Du schießt. Ich möchte lieber... Ja, also... Ja, du Bastard. Potato. Fuck off, der Zünder ist ein bisschen dicht. Solange wir noch können. Ich muss nicht verdammt sein. Alle beide. Ich erledige sie mit... Ui. Heißt, ich habe jetzt meinen Fernzünder ganz umsonst dahingestellt. Ich persönlich wäre der Meinung, wir sollten halt abhauen. Ja, das brauchst du mir nicht sagen. Ah, ich laufe gegen die Wand. Aber wo willst du nur ganz hinlaufen? Keine Ahnung, hinten ans Ende. Wenn er kommt. Wenn er jetzt wieder hochgeht, ne? Hass ich ihn. Feuer frei. Da liegt mein Zünder, das weißt du, ne? Der ist weg. Der geht wieder hoch. Das soll nicht sein Ernst, oder was? Er will mich doch verarschen. Du weißt schon, dass er da irgendwo wieder runterkommt, ne? Ist er da? Du siehst doch den komischen Punkt da oben. Oh. Leon, helfen Sie mir. Ich glaube, ich komme da rauf. Ja, dann los mit dir. Ja, super. Jetzt ist der unten. Hilf mir hoch. Hilf mir hoch. Ich soll dir hoch helfen? Ja, Mann. Ja, dann los. Alter, das Vieh rett mich hier aber nach oben. Und du? Hojo, chill mal. Brauchst du Leben, oder was? Ne. Ey, da liegt ein erster Verspray. Und Schrotflinten. Warum liegt Schrotflinten-Munition auf dem Dach? So, wie ich das wissen. Wenn das so wackelt, kann ich nicht schießen. Ich würde sagen, wir laufen nach vorne. Warte auf mich. Da ist noch so ein... Oh, das verklingt mir zu toll. Also ich gehe jetzt noch weiter vorne wieder rein. Also so einen Hund will ich auch mal haben. Kommst du? Ne, ich schieße noch ein bisschen. Obwohl ich ihn nicht treffe. Komm jetzt. Dann müssen wir da runter. Wahrscheinlich. Komm, wir in den Zug steuern. Auch verschlossen. Auch verschlossen. Ja, und jetzt? Ah, jetzt läufst du wieder zurück. Hier musst du mir hochhelfen. Ja, dann gehst du ein bisschen wieder oben. Bist du bescheuert? Komm, weiter. Nein, ich will hoch. Bringt doch nichts, wenn du wieder zurückläufst. Der Typ ist... Uah. Ja, Mann. Ist klar. Du hast meinen Ex geschlagen. So gut. Geh weg, geh weg. Warte mal. Ich bring ihn einfach um. Na, mach. Lebt er noch? Ja. Wettert wieder hoch. Ist er wieder weg, oder was? Ja, komisch. Lieber nach vorne, nach vorne. Liegt über Munition rum. Er läuft hier hinterher. Komm mal, ich stehe hier ganz hinten. Ich kann nichts machen. Warum? Was soll ich denn machen? Schmeiß mich bloß mal wieder hoch, da. Leon! 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 Ja! Schneller! Ja! Schneller! Schneller! Komm, hoch mit dir. Helena, helfen Sie mir! Ach, soll ich dir helfen? Ich habe ihn nochmal abgeschossen. Was passiert jetzt? Er ist umgefallen. Ist alles okay? Ja? Ah, da bist du doch. Ich jetzt habe wirklich... Leon! Nicht. Lass mich nicht alleine. Ich will nicht Sex mit ihm. Popo Sex. Jetzt geht's. Ja, wie der aus so wenig Fleisch schon viel macht. Oh! Warte. Warte, klar. Schieß! Mach was! Oh, du bist witzig. Pieschen. Leon, hier rüber! Oh, nee, hier rüber. Yeah! Ja! 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 Rennen, Hoppelchen, rennen! Äh, schnell einfach es! Äh, ja! Ja, ist klar! Ja, ist klar! Der, 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 der erinnert mich an Transformer 1. Wo, wo, wo sie da mit, mit der, mit der Hunden da. Diese Metall, Kraftteile. Hast du eine Granate oder so? Ich meine, der Junge stirbt doch nicht. Der wird langsamer. Ey, da liegt Munition. Leertaste, Leertaste. Das war knapp. Ja! Wer soll den denn bitte noch stoppen? Aber wir müssen wieder irgendwas drücken bestimmt. Feuer! Läuft der jetzt weg oder auf uns zu? Auf uns zu. Ah, ich sehe. Was war denn das jetzt? Safety Schuss. Ich würde den jetzt einfach umbringen. Behaltschutz geben und fertig. Aber komisch, seine Rose bleibt immer ganz. Ja, du darfst ja unter den Hängen des Dingen. Das mutiert ja auch. Oh, ey, der Junge hat doch gar keine Ruhe. Die Welt wird Stabilität zurückerlangen. Oh, das höchst du. Was? Was? Wie? Wo? Was ist kaputt? Die Welt wird Stabilität zurück. Wuhu! Du wieder ganz cool. Ja! 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 Heftig! Ja, ganz lässig. Nicht einmal gezuckt. Alter, ey. Nicht einmal, aber gut. Weg hier! Ja! Meine Familie hat mich verertet! Yeah! Ähm, ja. Ähm. Laufen, 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 laufen. Hehehe. Springen! Nyaaah. Hier, an der Haltestelle hätte ich rausgemüßt. Hehehe. Hehehe. Oh, Mann. Da überall noch Licht brennt und so. Naja. Nasse Angelegenheit. Müssten wir eigentlich auch mal schlafen? Oh, ach so. Oh, mir labert einer. Wir machen. Hm, 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 hm. Mach mal. Chillig. Chillig. Immer Pille. Musst du nicht. Gut. Kann ich nicht. Okay, Jungs. Ab hier machen wir nochmal Schnitt. Weil wir wollen die Folge ja nicht zu lang wirken lassen. Zu lang ist halt auch nichts. Wenn man zu lang dem Kokosnuss zuhört, geht's einfach nicht. Das rückt ja mal die Eite an, Alter. Die Spindeprobleme, guck mal, du auch. Komm mal, klar, Alter. Alter, sorry. Ich muss dann der alte Stelle schnell raus. Oh, ich hab Bauchschmerzen. Ich bin schwanger von dir. Oh, sorry. Was wird's denn? Ein Arschloch? Oh, ja, fast in die Möpse, genau. Okay. Dann, Jungs, wir machen hier Schluss. Ich verdeck nur den auch schnell zu. Hehehe. Wir machen dann hier Schluss. Wünschen euch weiteres gehend. Noch was. Bis demnächst. Bis demnächst. Bis demnächst. Bis demnächst. Bis demnächst. Bis demnächst. Vielen Dank.